So, Lea ist auch fertig. So sieht sie aus, von hinten und von vorne. Und wie gefällt es dir? Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Sehr schönes geworden. Guck mal in die Richtung oder in die andere Richtung, dass man das klingt. Schöne Farbe hast du rausgesucht. Ja, sehr zufrieden. Dann habt viel Spass. Danke.